Soldat trifft auf Links-Jugend. Was ist das? Ich bin Soldat, und das heißt, im äußersten Fall müsste ich auch mein Leben geben oder riskieren, um andere Menschen zu schützen. Das ist ein Ficker, ey. Wenn ich auf der Straße angegriffen werde, dann bin es in erster Linie ich, der angegriffen wird. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann bin ich nicht Deutschland. Du hast doch annähernd eine Ahnung, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Bringt uns das trotzdem dem Frieden entgegen, wenn ich jemandem eine Kugel in den Kopf jage. Du Scheiße. I don't know, ob das vielleicht ein bisschen zu harter Tobak ist. Ich fand das letzte Video sensationell beschissen, was die da gemacht haben. Das war sensationell beschissen. Das ist gut. Rein da. Na, okay. Grundsätzlich, denke ich, wünschen wir uns alle eine friedliche Welt, aber wir müssen die Welt aktuell so nehmen, wie wir es sind. Wenn alle Gespräche geführt sind, jeder diplomatische Weg ausgenutzt wurde, das aber trotzdem zu Gewalt kommt. Wie kann man dem Einhalt gebieten? Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich Deutschland verteidigen würde, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Wenn man behauptet, dass man irgendwie einen wehrhaften Nationalstab braucht, besonders in Deutschland, dann zeugt das für mich einfach von Geschichtsvergessenheit. Wenn man sich Waffen und Panzer anschafft, dann ist es in erster Linie zum Töten, dann ist es in erster Linie für Krieg. Zu sagen, wir brauchen eine Aufrüstung der Bundeswehr, besonders in dem Maße, wie es passiert, halte ich für Kriegstrangerei. Solit hat... Solit ist hit or miss, ne? Das ist wirklich... Die Linksjugend ist hit or miss. Da sind ganz viele schwierige Kameraden dabei. Weil... Das ist schon sehr wild teilweise. Bitteschön, Ihre Gutschrift der Antifa GmbH. Würdest du für... Ich meine, dieser dann doch schon teilweise naive Pazifismus... Wie sollen sich Kurdinnen denn gegen Erdogan verteidigen, wenn nicht mit Waffen? Wie soll sich die Ukraine gegen Russland verteidigen, wenn nicht mit Waffen? Deutschland in den Krieg ziehen. Niemals, sagt Henrik Spieler von der Linksjugend. Selbst wenn Deutschland angegriffen wird, will er keine Uniform anziehen. Jan Janitsky von der Bundeswehr sieht das völlig anders. Er war schon in Afghanistan im Krieg. Und sagt, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist nochmal klarer, die Demokratie muss sich verteidigen. Im Notfall auch mit Panzern und Granaten. Wir beide herzlich willkommen bei mir auf der Couch. Jan, Henrik, schön, dass ihr da seid. Neben einem Mann mit Uniform auf der Couch. Wie fühlt sich das an? Ja, was soll ich sagen? Also es ist natürlich... Dass die in Leipzig gerufen haben, will man auch nicht wissen. Was denn? Ja. 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 Es ist einfach... Einschüchternd. Liegt auch daran, wofür sie steht. Also man kann Kleidung natürlich nie beurteilen, ohne den Hintergrund zu kennen. Findest du das mutig, wenn jemand für Deutschland in den Krieg zieht? Was heißt mutig? Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man... Die BRD ist nicht unser Staat, alle macht den Proletariat. Das ist ein Klassiker. Etwas tut, weil man mutig ist. Oder ob man sich so weit in Sachen reinschmeißt, eben weil man nicht mutig ist. In den Krieg ziehen ist kein Ausdruck von Mut, sondern ein Ausdruck von Verzweiflung. Was ist eigentlich Mut? Das ist aus psychologischer Sicht nämlich total interessant, weil es nicht einfach das Gegenteil von Angst ist, was viele denken, sondern mutig sein heißt, etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Das heißt, Angst ist immer auch ein Teil von Mut. Was sagst du? Siehe es auch so, dass natürlich eines des Militärs das äußerste Mittel, das letzte Mittel ist, was wir haben. Das heißt, wenn wirklich alle anderen Ebenen gescheitert sind, dann muss das Militär teilweise eingreifen. Henrik setzt zum Sprung an. Das klingt natürlich super, was du sagst. Du findest aber, glaube ich, im Vergleich damit, was dann tatsächlich passiert und was tatsächlich vor Ort passiert, ja, einfach nicht realitätsgetreu. Also grundsätzlich ist in den Krieg ziehen niemals geil. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. In den Krieg ziehen, die Entscheidung zu treffen, anzugreifen, immer falsch. Immer falsch. Militär einsetzen, um Menschenleben zu verteidigen. Was anderes. Und in so einem endlosen, pazifistischen und dann auch pazifistisch naiven Glauben, dass eben keine imperialistischen totalitären Mächte angreifen. V-Virus liege komplett flach. Ja, das sorgt dann dafür, dass man sein Leben lang darstellt und sagt, ja, Fick auf Militär, Fick auf Aufrüstung, Fick auf alles. Es gibt keine Rechtfertigung für bewaffnete Kräfte. Und in der Realität wird man dann aber damit konfrontiert, dass das nur funktioniert, wenn wirklich alle mitziehen würden. Und nicht alle im Land, sondern alle auf diesem Planeten. Also wenn man einfach den... So, da können wir uns gerne darauf einigen. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass wir uns global darauf einigen, das einfach mit diesen Waffen und dem Militär sein zu lassen, all in. Fucking all in. ... im Raum nimmt beispielsweise mal Afghanistan und sagt, was hat da geklappt an humanitärer Hilfe? Also es gab ja Ausbildung von Polizeikräften. Das Militär wurde unterstützt und so weiter und so fort. Und jetzt regieren die Taliban das Land, nachdem man ja einfach sprunghaft eigentlich schon abgezogen ist aus dem Land. Dann frage ich mich, dass es tatsächlich hilft, wenn es beispielsweise in Afghanistan oder auch im Kosovo eben in der Vergangenheit schon nicht geholfen hat. Wenn du im Rückblick jetzt auf diesen Einsatz in Afghanistan guckst, hat sich das gelohnt? Ich denke, es war es wert. Nein. Das ist dummes Gewäsch. Die haben da in 20 Jahren Trillionen von US-Dollar verschwendet. Und was hat es gebracht am Ende? Gar nichts. Wir hatten den Bürgermeister von Kabul. Ansonsten gar nichts. ... an der Seite unserer Verbündeten zu stehen und zum anderen eben die Möglichkeit zu eröffnen, dass die Menschen eine Perspektive haben. Ich selber habe dort unten Fluglotsen ausgebildet. Die humanitäre Hilfe hätte es unseren Einsatz auch gar nicht geben können, weil wir für die Sicherheit gesorgt haben. Afghanistan ist, wenn man in Deutschland sitzt, gefühlt sehr weit weg, finde ich. Lasst uns deswegen mal genau den Fokus jetzt in unsere Nähe legen. Wir haben Krieg in Europa. Und da erlebe ich bei ganz, ganz vielen Leuten, auch bei mir selber, dass man doch wirklich plötzlich wieder Fragen nach vorne holt, die vorher nicht da waren. Und eine, die ich ganz zentral finde, von der ich mir jetzt wünsche, was ihr ganz kurz nur antwortet, ist die, ob man für Deutschland in den Krieg ziehen würde. Bevor die beiden antworten, jetzt du. Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Ganz ehrlich. Never ever würde ich für irgendeine Nation, für irgendeinen Glauben, für irgendeinen Gott oder für, 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 für irgendeine andere Institution in den Krieg ziehen. Fucking no way. Für keine Nation auf diesem Planeten. Aber für Werte. Ehrlich, deine Meinung in die Kommentare. Nein. Ich würde definitiv nicht für Deutschland in den Krieg ziehen, weil es eben nichts tatsächlich mit Wertevorstellungen oder sonst was zu tun hat, sondern weil es einfach die Reduzierung meiner selbst oder meines Individuums wäre. Es ist ein Unterschied, ob man das Symbol, den Antifaschismus nutzt oder als Zeichen eines Staates. Hammer und Sichel sind halt mehr als nur die Flagge der UdSSR. Zange, ich bin da voll bei dir. Das ist das internationale Zeichen des Kommunismus. Kommunismus als solches, als Theorie, ist alles andere als verkehrt oder menschenfeindlich. Aber mittlerweile haben so viele Länder, so viele Nationen, so viele Diktatoren, so viele Menschenfeinde und Verbrecher Hammer und Sichel auf ihren Flaggen missbraucht, dass das Zeichen als solches doch bitte als verbrannt zu bewerten ist. Für mich auf die gleiche Stufe zu setzen wie alle anderen Symbole von totalitären Faschisten und Verbrechern, die damit Millionen von Menschen getötet haben. That's it. So, ich bin Hammer und Sichel noch nie ein Fan von gewesen. Schon immer auf der Seite. Bruder, wir sind lange raus. Hakenkreuz gegen Hammer und Sichel. Für mich Hammer und Sichel, Hakenkreuz. Beides Zeichen, die von totalitären Staaten verwendet worden sind und teilweise bei Hammer und Sichel immer noch verwendet werden, um Menschenrechte zu unterdrücken, um Menschen zu töten und um für alles zu stehen, für das ich nicht stehe. Deswegen no fucking way. Wie auch immer auf pure Nationalität und pure künstliche Zuschreibungen ist. Ich würde definitiv für Deutschland in den Krieg ziehen, weil mir das demokratische System, in dem wir leben, mit der gesamten Freiheit, die uns hier gewährleistet wird, einfach so unglaublich viel wert ist und ich dann am Ende eben auch für diese knapp 80 Millionen Menschen und eben auch für meine Familie dastehen würde, auch wenn es natürlich sehr schmerzhaft wäre. Ihr beiden, ich glaube, dass gerade diese Fragen in so, so vielen Köpfen eine Rolle spielen und tut mir den Gefallen, helft einmal ein bisschen umzubauen, Platz zu schaffen. Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen? Das klingt erstmal ganz abstrakt und ich will das jetzt festlegen. Ich will das ganz konkret machen. Habe Plastikwaffen besorgt, die die beiden gleich auch in die Hand nehmen müssen. Ich will vor allem sehen, ob Henrik am Ende tatsächlich weiterhin ganz klar sagt, ich würde niemals eine Waffe für Deutschland in die Hand nehmen. Nein, niemals für Deutschland. Niemals für Nation oder Gott. Das ist so cringe. Magst du das bitte mit so mancher Person in meinem Kiez erklären? Das ist echt eine Sache, die wenige verstehen und ein Moment, in dem ich mich oft sehr alleine fühle. Darum jetzt ernsthaft danke für die Aussage gerade. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Die meisten Menschen, die in linken Lagern immer noch Hammer und Sichel oder Rotromantik oder so rotromantisch sind, die meinen das gar nicht. Die meinen das gar nicht so böse und verstehen oftmals gar nicht, was unter Hammer und Sichel alles für Verbrechen begangen worden sind. Und deswegen, ich bin großer Fan davon, einfach Dinge zu canceln, wie ihr wisst. Ich bin ja lebende, atmende Cancel-Culture und ich liebe Canceln. Und ich finde, es gibt Dinge, die Menschen machen, für die sie gecancelt gehören. Und dann gibt es auch Dinge, die unter einer gewissen Symbolik passieren, sodass dann die Symbolik gecancelt wird. Und Hammer und Sichel hat echt viel Kacke gemacht. Oh, den. Das sollte gecancelt werden. Ich bin großer Fan davon. Ich bin großer Fan von Cancel Culture. Was haben wir vor? Mir ist wichtig, dass wir wirklich einmal versuchen festzulegen, was Momente sind, wo ihr sagen würdet, da wäre ich vielleicht bereit, zur Waffe zu greifen. Die Waffen, die wir hier haben, sind Plastikwaffen. Das ist völlig klar. Und das soll auch nicht irgendwas ersetzen oder runterspielen. Aber mir geht es genau um diesen Akt, dass man mal sagt, okay, da könnte ich mir vorstellen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich jetzt verschiedene Szenarien für euch dabei. Und wenn ihr sagt, da würde ich für Deutschland zur Waffe greifen, steht ihr auf, nehmt euch die Waffe, setzt euch... Der Einsatz in Afghanistan hat schon etwas Positives gebracht. Eine Generation an freien, freieren Frauen, ja, die jetzt wieder vergewaltigt werden, ne. Super. Klasse. Ne. Großartig. Wieder hin. Das Mandat läuft noch. Würdest du die Waffe in die Hand nehmen, um für die Bundeswehr nach Mali zu gehen, um dort für eine UN-Friedensmission zu kämpfen? Und wenn das Parlament beschließt, dass die Bundeswehr irgendwo eingesetzt wird, also die Mehrheit der Volksvertreter, die wir alle paar Jahre wählen, dann haben wir ein gültiges Mandat. Und entsprechend bin ich als Soldat dann in der Pflicht, entsprechend dann zu folgen. Du sagst, ich bleib sitzen, keine Waffe in die Hand nehmen. Definitiv, ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn du an die Menschen in Mali denkst? Natürlich ist es unvorstellbares Leid, was diese Menschen in Mali erleben, ne. Und das ist ja auch das, was ich irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, dass Krieg jeder Art, egal wie, wo, wann er geschieht, immer schlecht ist für die Leute, die tatsächlich dort leben. Und es ist für mich meistens nicht die Frage, gegen was würde ich kämpfen, aber die Frage ist, für was? Für was steht man ein? Und dieses Gute, für das ich tatsächlich kämpfen würde, wo ich sagen würde, ja, gehen wir rein, das sehe ich nicht in Deutschland und das sehe ich auch nicht in einem anderen Nationalstaat. Jan. Roger war. Die Werte der Kurdinnen sind absolut verteidigungswürdig. Macht es dich sauer, wenn jemand wie Henrik sagt, ich lasse die Waffe liegen? Artikel 4 Absatz 3, niemand wird zum Kriegsdienst gezwungen. Also entsprechend kann ich das nur respektieren und akzeptieren. Es macht mich nicht sauer. Mir ist es nur wichtig, dass wir sozusagen einen Fokus auf die Realpolitik legen und ein Stück weit weggehen von der Ideologie. Das ist doch eigentlich das wichtigste Ziel, dass wir den Frieden anstreben und sagen, wenn alle Stricke auf der diplomatischen Ebene gerissen sind und wirklich nichts mehr geht, dann haben wir als äußerstes Mittel, als äußerstes Werkzeug in diesem großen Koffer, haben wir dann das Militär. Die Frage nach Krieg ist auch automatisch immer eine Frage nach Politik und die Frage nach Politik muss eine Klassenfrage sein. Deswegen ist es so, dass viele Leute aus prekären Verhältnissen, die keinen Ausweg sehen, die auch keinen Zugang vielleicht haben zu besonders guter Bildung oder zu besonders guten Studienplätzen etc. pp, dass die eben den Ausweg dann zur Bundeswehr gehen. Jan, du hast die Waffe sofort wieder in die Hand genommen. Würdest du für ein veganes Land kämpfen, Karl? Ein Staat, der den Fleischkonsum bereits verboten hat. Ich würde für keine Nation auf diesem Planeten, für kein Land, für keine Flagge, für nichts kämpfen, sondern für Menschen und für Werte. Aber ja, wenn es sowas gäbe, wie eine Gemeinschaft an Menschen, die sich solidarisieren und die innerhalb der Kommune oder der Gemeinschaft als solches Werte vertreten, die ich für verteidigungswürdig halte und dann angegriffen werden für diese Werte, würde ich das verteidigen, selbstverständlich. Na klar. Hast du schon mal mit einer geladenen Waffe auf jemanden geschossen? Zum Glück musste ich das noch nicht tun. Was glaubst du würde das mit dir machen? Ich bin Soldat und das heißt, im äußersten Fall müsste ich auch mein Leben geben oder riskieren, um andere Menschen zu schützen. Wir können ja mal die Feuerwehrleute oder die Polizisten fragen, die machen das den ganzen Tag. Da ist es vielleicht ein bisschen greifbarer, im Rahmen des Friedens ist es abstrakter. 63 Prozent der Bundesbürger geben in einer repräsentativen Umfrage an, dass sie sich Sorgen machen, dass Deutschland in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden könnte. Und damit kann man ja schon sagen, ist es in vielen Köpfen nicht mehr abstrakt. Deutschland wird angegriffen. Greifst du dann zur Waffe? Auf jeden Fall. Das wäre dann natürlich im Verteidigungsfall nochmal zu differenzieren, wo ich dann eingesetzt werde. Wahrscheinlich nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sondern als Offizier, eventuell als Führungskraft. Deutschland wird angegriffen. Ich glaube nicht, dass ich mit einer Waffe zu gebrauchen wäre. Aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man im Verteidigungsfall machen kann. Ist der Nazi ein Nazi? Selbstverständlich. Also diese pazifistische, naive Einstellung, dass man auch nicht zu Verteidigungsgründen sich wehren darf, die ist ja als gescheiter zu sehen. Ich würde weglaufen. Ja, das ist auch ein Gedanke, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen. Versteht ihr? Du sagst, auch da greife ich nicht zur Waffe. Was machst du in dem Moment? Wenn ich Deutschland verteidige, dann verteidige ich die herrschenden Verhältnisse in diesem Land. Ja, Alter, sorry, aber was machst du denn, wenn irgendein fucking Faschist die Bundesrepublik angreift? So, das ist doch, das ist doch. Was machst du denn, wenn Putin die Ukraine angreift? Sagst du dann, nee, sorry, aber ich verteidige dann hier Machtverhältnisse und deswegen lasse ich die alle verrecken und Putin munter weiterbombardieren? Fucking no. Das geht nicht. Das verstehe ich nicht. Möchte ich aber nicht, weil die Frage ist, was sind denn die herrschenden Verhältnisse und wo finden wir uns denn wieder? 14 Millionen Leute in Deutschland leben in Armut. Möchte ich das verteidigen? Oder sage ich nicht lieber, ich würde etwas verteidigen, was tatsächlich eine gute Institution wäre? Das ist mir ein bisschen zu träumerisch, Alter. I'm sorry, aber nee, nee, fühle ich gar nicht. Die Panzer rollen vor, es wird tatsächlich scharf geschossen. Man kann auf der Straße angegriffen werden, getötet werden. Greifst du dann zur Waffe? Jetzt im Verteidigung. Bitte wieder eure Meinung. Ja, na klar. Im Verteidigungsfall definitiv. Das war klar? Das gehört für mich dazu, ja. Wenn ich auf der Straße angegriffen werde, dann bin es in erster Linie ich, der angegriffen wird auf der Straße. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann bin ich nicht Deutschland. Es sei denn, du bist halt in einem Mutter-Kind-Hospital und wirst von Putin zerbombt, dann wirst du leider auch angegriffen. Was soll denn das? Das ist doch Schwachsinn. Also bei aller Liebe, aber das ist doch Schwachsinn. Mit einer Bundeswehr, die immer noch unter Symbolen wie dem Eisernen Kreuz kämpft, die mit rechtsextremen Netzwerken zu kämpfen hat, ist das für dich wirklich ein Punkt, wo du sagst, das ist nie wieder Auschwitz. Was wirklich nie wieder Auschwitz ist, ist das gute Leben. Was nie wieder Auschwitz ist, ist die Aufhebung von gesellschaftlichem Zwang, von gesellschaftlicher Depression und Verelendung. Und das ist der Punkt, für den ich kämpfen würde. Aber an dem Punkt muss ich sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, weil ich mir sage, das gute Leben, also wir haben jetzt wirklich das absolute Glück, und das muss man sich mal vor Augen führen, dass wir einfach in einer sicheren Bubble groß geworden sind. Wir sind im Frieden groß geworden. Sorry, du hast doch nicht annähernd eine Ahnung, was es bedeutet, im Krieg zu sein, was es heißt, dieses Leid zu erleben und zu sagen, ich würde Deutschland jetzt nicht verteidigen, weil das eine abstrakte Institution ist, die für irgendwelche Werte steht. Bei allem Respekt, die Demokratie... Gerne hätte ich noch eine weitere Person in dem Format gehabt, die in der Mitte sitzt. Ich würde nicht in der Mitte sitzen, ich würde neben dem stabilen Bruder mit dem Fuck-Nazis-Hut sitzen und dem vielleicht mal so, hey Bruder, mal so nebenbei, so, da werden Zivilistinnen gerade abgefackelt in der Ukraine, da sollte man vielleicht verteidigen. Demokratie ist das Beste, was wir seit langem haben. Gibt's einen Moment, Henrik, jetzt an dich gefragt, wo du sagen würdest, da nehme ich die Waffe in die Hand, dann sag's mir doch direkt dazu, wann das wäre. Also ich würde die Waffe in die Hand nehmen, wenn es tatsächlich darum gehen würde, nicht nur die Idee, sondern die Realität tatsächlich eines menschlichen, eines humanen, eines solidarischen Systems, einer solidarischen Gesellschaft zu verteidigen. Ja, das ist ja das Ding, ne, natürlich, natürlich ist die Gesellschaft in Deutschland ganz weit weg von Perfektionismus, wir sind ganz, ganz weit weg von dem demokratischen Sozialismus, wir sind ganz, ganz weit weg, wirklich Dinge gesellschaftlich zu vertreten, die ich als gesamt schützenswert betrachten würde. Aber wir sind auf einem Weg. Und es sind Menschen. Und diese Gesellschaft sehe ich eben nicht in Deutschland, sondern eben in etwas, was wir momentan nicht haben. Wo wäre denn ein gutes Beispiel, wo das so wäre, wie du es gerade beschreibst? Ja, eben gar nicht. Ich habe ja gesagt, das haben wir nicht. Achso, das haben wir allgemein nicht. Okay, richtig, das haben wir allgemein nicht. Natürlich habe ich freie Meinungsäußerungen und sonst was, aber nur im Rahmen dessen, dass ich arbeite und dass ich konsumiere und produziere. Das stimmt nicht, jeder hat das Recht auf freie Meinung, egal ob ich arbeite oder nicht arbeite. Solange ich mich in diesen Grenzen des Landes bewege, kann ich sagen, was ich möchte, solange ich die linke und rechte Grenze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einordne. In Soldaten, natürlich, klar. Hendrik, es gab damals, als ich noch gerade Abitur gemacht habe, die Musterung. Und da gab es nochmal wieder früher Verfahren, wo man dann quasi sagen konnte, ich will nicht den Dienst an der Waffe machen. Und da wurden sehr, sehr krasse, sehr konkrete Fragen zum Teil gestellt. Also ungefähr ging das zum Beispiel auch in die Richtung, deine Freundin wird vergewaltigt und umgebracht und gerade massiv bedroht. Kannst du dann eine Waffe in die Hand nehmen, um dich zu verteidigen? Ja, definitiv. Aber meine Freundin ist nicht Deutschland. Oder andersrum, Deutschland ist nicht meine Freundin. Das heißt, was ich in diesem Moment... Das ist ja Wortglauberei, ne? So, das ist ja Wortglauberei. Wenn sich irgendein Verrückter entscheidet, das Land als solches und die Zivilbevölkerung des Landes anzugreifen, dann ist das ein Angriff auf Deutschland. Aber er betrifft dann konkret die Einzelpersonen und Zivilistinnen. Das ist ja, das ist ja, ne? Also... Mein Verteidiger ist tatsächlich mein Leib, meine Seele und so weiter und so fort. Das ist aber nicht solidarisch. Also, sorry, das ist überhaupt nicht solidarisch. Aber warum muss ich mir jetzt sagen lassen, was solidarisch ist und was nicht von einem, der für Deutschland kämpft? Ich kämpfe auch für dich. Ich kämpfe auch für unsere Meinungsunterschiede. Das ist doch wunderbar. Du sagst, du kämpfst nur für deine enge Familie und für... Würdest du Irland verteidigen? Halt auf die Fresse, Alter. Ich bin da, was soll denn das? Würdest du Irland verteidigen? Das ist ja, das ist ja ganz cool. Was kommt als nächstes? Welche Frage kommt als nächstes? Würdest du auf einer einsamen Insel Schweinefleisch essen oder was? Deine, sag ich mal, Freundin für eine ganz kleine Blase. Jetzt mal ehrlich, würdest du, würdest du, würdest du, würdest du Irland verteidigen? Und ich sage einfach, ich kämpfe auch für deine Familie, obwohl ich die gar nicht kenne. Das ist doch einfach und auch nicht stark. Das ist ja schön, aber ich sehe den Zwang daraus jetzt nicht, dass ich das auch für dich tun muss. Du sprichst ja die ganze Zeit von Solidarität. Aber die höre ich überhaupt nicht, weil es im Grunde genommen einfach nur um deine Blase geht. Da hat er ihn übrigens, ne? Da hat er ihn übrigens. Speaking of Solidarity, wenn irgendeine imperialistische Großmacht ein Land angreift, ein demokratisch-souveränes Land angreift, mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung auszurotten, dann ist es solidarisch, dort zu verteidigen. Und zwar, soweit es das Völkerrecht zulässt. Und du sagst, okay, da gibt es eine Welt. Tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber da hat der Bundeswehrsoldat ihn gerade ein bisschen Hops genommen. Die wir uns vielleicht irgendwann schaffen, die es noch überhaupt nirgends gibt in deiner Wahrnehmung. Ich meine, wer soll denn jetzt in einem hypothetischen Szenario, wer soll denn so ein tolles Land schaffen, wenn man einfach alles abfackeln lässt? Das ist so, ja, was machst du denn, wenn das komplette Militär abgeschafft ist? Du öffnest Tür und Tor für Faschismus. Als Jan mir sozusagen den Vorwurf entgegengebracht hat, dass ich unsolidarisch sei, hat es... Gebt ihr recht, ich würde trotzdem weglaufen. Ja, das ist ja eine... Und das sind Entscheidungen, die man nicht treffen kann, weil wir nie betroffen sind. Also nie betroffen waren. Du hast keine Ahnung, ob du weglaufen würdest, wenn eine Bombe bei dir einschlägt und irgendein Familienmitglied von dir, deine Freundin oder deine Mutter oder Oma, wenn der das halbe Bein wegfliegt und die eben nicht weglaufen kann. Und das sind fucking Realitäten für Menschen in der Ukraine. Oh, den Kuss. Versteht ihr? Das ist alles in der Theorie. Und in der Theorie, da würden wir alle weglaufen, weil wir Verstand haben. Naja, wenn Irland bombst, mach einfach deinen scheiß Kopf zu, Alter, wirklich. Das ist in mir einfach Unverständnis ausgelöst, weil ich keine Leute beschützen möchte, die ich nicht kenne. Zeit für die Couch. Ich würde sagen, Umbau. Helft ihr mir wieder mit? Wie würdet ihr gerade die Raumtemperatur einstufen? Ich würde sagen, zwei, drei, vier, fünf Grad wärmer? Ich glaube schon, es wird wärmer, definitiv. Du bist hochgefahren. Wo am meisten? Ich denke, wir haben sehr, sehr viel Glück hier und ich denke, es ist auch wert zu verteidigen, auch mit den Institutionen, die wir haben. Ich sage ja nicht, dass wir fehlerfrei sind, um Himmels Willen, darum geht es nicht. Wir haben dort eine kleine Blase, für die ich jetzt einfach mal zähle, die sagt, nein, Solidarität ist sozusagen mein enger, kleiner Kreis. Und ich sage, Solidarität sind über 80 Millionen Menschen und viele Europäer. Es ist richtig streitende Luft, das finde ich gut. Und trotzdem gibt es vielleicht auch Punkte, wo ihr euch einig seid. Und einen würde ich... Ne, jetzt sag mal, Karl, würdest du nach Deutschland kommen und unser Land zu verteidigen? Finde die Frage schon berechtigt. Ja, ja, absolut berechtigte Frage, ey. Bombsen soll aufhören, Spülwasser zu saufen, ey, wirklich. Würde ich jetzt gerne mal rausgreifen. Was bis hierhin auffällt, ist ja wirklich, wie viel Konflikt da zwischen den beiden ist. Und das finde ich großartig, weil genau dafür treffen wir uns. Und trotzdem will ich ja auch wissen, was kann man konstruktiv tun? Was haben wir in der Hand, um dem Krieg ein Ende zu bereiten? Das ist das gemeinsame Ziel von den beiden. Aber welche Wege dahin führen, ja, darüber müssen wir uns jetzt streiten. Und darum geht's. Die Friedenstaube hängt wieder symbolhaft. Ich glaube, was anderes bleibt uns... Friedenstaube mit Ukraine-Flagge ist ein ganz schwieriges Zeichen. Da höre ich nur Schwurbelei, wenn ich das irgendwo in Kombination sehe. ...leute nicht übrig. Trotzdem, glaube ich, ist es ja auch eine Frage, was machen wir in Deutschland, um den Frieden in der Ukraine herzustellen? Was können wir dazu beitragen? Die Idee ist ganz einfach. Ich lese jetzt Maßnahmen vor, die nicht ich erfunden habe, sondern verschiedenste Leute, verschiedenste Kräfte in Deutschland. Und dann würde ich euch bitten, wenn ihr sagt, das bringt uns dem Frieden näher, dann steigt ihr auf der Leiter nach oben Richtung Friedenstaube. Erste Aussage. Wir sollten so schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Eine Entscheidung, die ich als... ...neuer Monat, neuer Sopp. Alter. Aber jetzt sag doch mal, ob du Deutschland verteidigen würdest. Ja, danke. Würdest du nach Deutschland kommen? Ich kann das nicht beantworten. Ich möchte mich niemals... Ich werde niemals in der Lage sein, zu sagen, jawohl, Kampfpanzer. Das funktioniert nicht. Ich werde mich niemals irgendwo hinstellen können und sagen können, Kampfpanzer, jawollo, jawollo, weiß ich nicht. Aber es gibt bedauerlicherweise Militärexpertinnen. Und Militärexpertinnen werden wissen, was die Ukraine benötigt, um sich gegen die angreifenden, imperialistisch agierenden, totalitären, verrückten Russen zu wehren. Und dann bitte, die Ukraine wird uns sagen, was sie braucht. Lasst uns dieser souveränen Demokratie, wenn auch korrupt und alles andere, aber souverän und demokratisch, doch bitte die Mittel geben, die sie benötigt, um sich zu verteidigen. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich kann das nicht bewerten. Ich will das nicht bewerten. Ich bin kein Twitter-General. Ich bin kein Militärexperte. Ich habe keine Ahnung, was man mit einem Leopard zwei Panzer macht. Und ich will es auch nicht wissen. Und ich habe auch keine War Tanks gespielt. Aber da gibt es Menschen, die das gemacht haben. Ich gehe mal vorsichtig einen Schritt nach oben. Einen? Warum? Ich möchte das aber auch ganz klar erläutern. Also ich finde, das ist eine schwierige Sache, die natürlich auf der politischen Ebene entschieden werden muss. Einen liefern wir klare Offensivwaffen an die Ukraine. Ich danke mir und deiner Community für den linksradikalen Anker in meinem Leben, Raut Dego Vegan. Andersrum ist die Frage, von wem lassen wir uns sozusagen diesen Konflikt bestimmen? Von dem Aggressor? Oder unterstützen wir lieber eine Demokratie, die im Grunde genommen in Europa ist und uns um Hilfe bittet? Die Forderung kommt von Anton Hofreiter, dem grünen Politiker. Und du sagst, nein, keine Kampfpanzer in die Ukraine. Genau, also ich stimme dem, der Analyse stimme ich tatsächlich zu. Ach, Leute. Kurz vor der Umarmung. Ah, noch nicht ganz. Trotzdem, es ist einfach ein enormes Anflammen des Konfliktes. Und es ist ja nicht so, dass wir hier von Verteidigungstechnik oder leichteren Waffen sprechen, sondern, was war es, ein Leopard-Panzer? Genau, das ist ein massiver Kampfpanzer, darüber ist es ganz klar. Die Frage ist nur, wenn jetzt Putin sagt, ihr dürft nur Schlafsäcke liefern, wäre das dann okay? Also wo ziehen wir die Grenze? Das würde ich gerne verstehen. Natürlich gibt es eine Unterscheidung zwischen Schwerenwaffen und Nicht-Schwerenwaffen. Und deswegen auch eine logische Entscheidung zwischen, das entfacht den Krieg nur noch weiter und das bringt umso mehr Brutalität in diesen Krieg. Ich glaube, dass man humanitäre Hilfe auf keinen Fall unterschätzen sollte, sondern dass das Allererste ist, was man macht. Dass das Allererste ist, dass man die Leute, die tatsächlich auf diesen Kriegsgebieten im Krieg mittendrin leben und wohnen, evakuiert, dass man sie rausholt und dass man ihnen konkret hilft. Ich würde den Punkt gerne aufgreifen, da haben wir jetzt keinen konkreten Absender, aber humanitäre Hilfe für die Ukraine, zum Beispiel in Form von Schlafsäcken und, glaube ich, noch viel, viel mehr, was wir tun können. Wie sehr würde das zum Frieden beitragen? Eure Position auf der Leiter? Also ich gehe ein Stück weit wieder auf die Leiter rauf. Es ist auch wichtig zu sagen, dass humanitäre Hilfe nur ein Teil ist. Deshalb sage ich nur, humanitäre Hilfe wird nicht zum Frieden führen. Das ist meine klare Ansage. Ich sage, dass Frieden mehr ist als die Abwesenheit von Krieg. Und Frieden ist nicht ab da erreicht, wo man sagt, es wird nicht mehr geschossen, sondern Frieden ist ab da erreicht, wo man sagt, es findet keine konkrete humanitäre Katastrophe und keine Spannung mehr statt. Bezeichnend ist, wir sind auf derselben Stufe, beide auch ein ganz schönes Stück Richtung Frieden gestiegen und trotzdem ist noch Streit da. Das war eine Frage. Frieden schaffen ohne Waffen. Ja, Frieden schaffen ohne Waffen ist best case, aber benötigt immer, dass alle partizipieren. Alle Beteiligten, insbesondere die Aggressoren. In diesem Fall liegt das eben an Russland. Russland hat die Entscheidung getroffen, Waffen einzusetzen, um die Ukraine anzugreifen. Das hat keiner von uns entschieden. Das hat auch niemand in der Ukraine entschieden. Und dann kann man sich nun mal nicht so träumerisch da hinstellen und sagen, ja, der diplomatische Weg ist der richtige und deswegen darf sich die Ukraine nicht verteidigen. Es ist romantisch, es ist erstrebenswert, es ist schön, es sind alles Werte, die ich teile, aber es ist bedauerlicherweise nicht realistisch. Warum? Weil Diktatoren sich nun mal ungern irgendwas erzählen lassen wollen. Ich gehe sogar auch auf eine Stufe. Frieden schaffen ohne Waffen, aber mit Erklärung natürlich. Die hören wir uns gerne gleich an. Erstmal weiß ich nicht, was du jetzt sagst, ob du da stehen bleibst, weil diese Aussage kommt von Björn Höcke. AfD. Ja, das ist schön. Er kann auch sagen, die Sonne ist ein Stern und dann stimme ich ihm auch zu. Der Punkt ist einfach nur, dass ich nicht weiß, warum man sich dem verschließen sollte. Ich habe das ganz bewusst gemacht, den Menschen von der Linksjugend konfrontieren mit einem AfD-Zitat und ich finde, Henrik ist damit unglaublich souverän umgegangen. Wer sagt nein, ich weiß es nicht. Hier steht jemand auf Stufe 1, während du schon ganz Augenkletter bist. Warum? Natürlich, im Idealfall schaffen wir es, einen Frieden zu bewahren, indem wir sagen, wir schaffen es über eine diplomatische Lösung, also ohne Waffen. Das ist immer das Beste, was für uns passieren kann. Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo man im Grunde genommen in eine Situation gezwungen wird, wie der Krieg in der Ukraine. Das ist eine Plattitüde. Frieden schaffen ohne Waffen ist nichts anderes als eine Plattitüde. Es ist das höchste Ziel, das wir als Demokratinnen haben sollten, als Menschen haben sollten. Dass wir uns einigen, uns nicht gegenseitig umzubringen, weil wir cool miteinander sind. Das ist erstrebenswert. Aber, das ist ein großes Aber, das müssen eben alle Menschen verinnerlichen. Hier würde es den Ukrainern nicht mehr helfen, auf der diplomatischen Ebene, nur auf der diplomatischen Ebene zu bleiben. Denn das hat man seit ungefähr sieben oder acht Jahren mittlerweile probiert. Das ist natürlich immer die Frage, was versteht man als Waffe. Wenn man sagt, man setzt Diplomatie ein, wenn man sagt, man setzt wirtschaftliche Sanktionen ein, dann ist das auch eine Waffe. Dann ist es aber keine Waffe, die schießt, sondern es ist halt eine Waffe, die anders trifft. Nämlich strukturell, nämlich politisch, ökonomisch und so weiter und so fort. Kommen wir zu euch. Ganz konkret. Ein Vorschlag jeweils, von dem ihr sagt, der würde uns dem Frieden wirklich näher bringen, wo ihr sagt, da gehe ich sofort auf die Spitze der Leiter und dann kann der andere darauf reagieren. Du zuerst. Wenn es keine Waffen gäbe, müsste man gar keinen Frieden erst schaffen. Das stimmt so auch nur bedingt, weil dann polieren die Nazis halt die Fresse. Das Problem ist nicht, Waffen sind sehr viel gefährlicher. Waffen machen und Faschistinnen und andere Bescheuerte sehr viel gefährlicher. Aber Frieden ist etwas, das alle Menschen wollen müssen. Mein Vorschlag wäre eine klare Resolution im Sicherheitsrat, die das Vorgehen der russischen Regierung verurteilt und diesen Krieg sofort zu unterbinden lässt. Das wäre, finde ich, ein wichtiges Zeichen an die Weltgemeinschaft. Dein Vorschlag, was glaubst du, würde uns dem Frieden am nächst bringen? Humanitäre Hilfe zu leisten, in der Form, dass man sagt, Menschen, die in Kriegsgebieten leben, zu evakuieren, die freiwilligen Dienste dazu, ach sorry, ich gehe ja schon hoch, dass man im Allgemeinen das militärische Personal, was vor Ort ist, dazu verwendet, in erster Linie die Leute zu evakuieren, die akut unter diesem Krieg leisten, in dem Sinne, dass ihre Häuser zerbombt werden. Darf ich kurz nur fragen, weil das zwischendurch im Halbsatz fiel. Waffenlieferungen, dafür würdest du befürworten? Ich bin nicht pauschal gegen Waffenlieferungen, natürlich, natürlich verursachen sie immer Leid. Dass er sich für Waffenlieferungen ausspricht, das hätte ich so nicht erwartet. Naja, aber das macht ja jeder, der Verstand hat, ja, bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise hat dieser Ukraine-Krieg, glaube ich, sehr, sehr vielen Linken die Realität ins Fressbrett geprügelt, ja, mit Leidkonfrontation. Aber es gibt notwendige Aktionen. Ja, sind die trotzdem gut? Bringt uns das trotzdem dem Frieden entgegen, wenn ich jemandem eine Kugel in den Kopf jage? Naja, die Sache ist, es ist niemals Frieden, jemandem eine Kugel in den Kopf zu jagen, außer es ist halt der Schädel von Adolf Hitler. Ja. Und das ist bedauerlich, diese Erkenntnis. Das kann durchaus passieren, also das hat, glaube ich, am Ende oder Anfang 1945 hier in Europa für Frieden gesorgt. Wenn er das jetzt sagt, kommst du ihm ein Stück näher. Also, ich unterstütze den Aspekt der Waffenlieferung. Ich sage doch, dennoch, es gibt Möglichkeiten, einen Frieden zu finden, auch in dem Krieg. Das hat meine Position zur NATO geändert. Ne, meine nicht. Meine Position zur NATO ist immer noch die gleiche. Die NATO ist ein Verein von Verbrechern und da muss dringlichst mal eine andere Struktur und Ordnung rein. Aber, ähm, das heißt nicht, dass Deutschland austreten sollte. Viewer ohne Namen, Mann. Vielen herzlichen Dank für fünf. Vielen, vielen Dank. Sehe ich nicht so. Ist ja schön, wenn du das nicht so siehst, aber... Da einige gute Aspekte genannt wurden, kann ich hier eigentlich sehr gut stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Und das ist schon relativ weit oben. Ihr beiden, kommt nochmal runter, zurück zu mir auf die Couch. Was bist du für ein Schwurbler, die NATO ist top. Wir waren auf Leitern, wir haben wirklich viel gestritten, wir hatten schon Waffen in der Hand und haben Friedenstauben gehisst. Gab es Momente, wo ihr sagen würdet, da sind wir uns schon eher gekommen? Ich glaube, wo wir uns einig sind oder wo wir uns sehr, sehr nah sind, ist die Frage gegen, was man sozusagen kämpfen müsste oder gegen was es sich lohnt zu kämpfen. Da, wo es sich dann spaltet und da, wo es tatsächlich auch einfach eine grundlegende Spaltung ist, ist die Frage für, was man kämpft. Ich finde es wichtig, nochmal ganz klar zu sagen, was ich auch wirklich gut finde, dass eben dieses Thema Waffenlieferung auch eine Rolle spielt. Das habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Dass er sich dafür ausspricht, das finde ich gut, Henrik, weil es sehr realitätsnah ist. Und das ist für mich auch eine ganz klare Notwendigkeit, die wir da in diesem Krieg haben, um eben den schwächeren Part zu unterstützen. Und gleichzeitig natürlich die humanitäre Hilfe steht für mich außer Frage, dass wir eben die Bevölkerung schützen müssen. Psychologisch haben wir hier natürlich zwei völlig unterschiedliche Mindsets sitzen, völlig unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt. Die kommen nicht von irgendwo. Du gehst gezielt in Schulen und sprichst dort mit jungen Menschen über die Bundeswehr. Was ist die Kernbotschaft, die du diesen jungen Menschen in Deutschland mitgibst? Was ist der Auftrag der Bundeswehr? Was sind die NATO? Was sind die Europäische Union? Was bedeutet es eigentlich für einen persönlich, im Auslandseinsatz zu sein? Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, Sicherheitspolitik zu vermitteln. Hättest du manchmal Sorge, dass das vielleicht eine Art von Mindset bei jungen Menschen schaffen könnte, dass, ich sag jetzt mal provokant, eine Kriegslust schafft? Davon sind wir zum Glück so weit entfernt. Wir haben so eine pazifistische Grundgehaltung. Das Grundgesetz von vorne bis hinten verbietet Angriffskriege und ähnliches. Also wir sind so defensiv ausgerichtet. Wir haben ein Militär, das im Grunde genommen noch nie so klein war, wie es heute ist. Dieser Begriff Kriegslust ist völlig irreführend und auch absolut unpassend. Niemand hat Lust auf Krieg. In der idealen Welt bräuchten wir keine Armeen und keine Waffen. Aber diese ideale Welt gibt es einfach nicht. Beim Stichwort Kriegslust muss ich an eine Studie denken, die vor einigen Jahren in Deutschland durchgeführt wurde. Da wollte man wissen, wer geht zum Militär und wer macht Zivildienst. Und da haben sich tatsächlich Persönlichkeitsunterschiede gefunden. Die zum Militär gegangen sind, die waren emotional stabiler und auch offener für neue Erfahrungen. Aber die waren auch eher wetteifern statt kooperativ. Die waren eher aggressiv und die haben sich weniger um die Gefühle von anderen geschert. Hendrik, nix sofort beim Wort Kriegslust. Warum? Weil das eben genau das ist. Also ich hatte, also das, was du machst, ich glaube, du gehst in Schulen und betreibst da, ja, Agitation. Ich betreibe keine Werbung, ich informiere über Sicherheitspolitik. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Genau, aber die Frage ist, kann man nicht werben, wenn man in eine Schule geht und über Sicherheitspolitik im Namen hat? Wenn man das Ganze differenziert aufzieht, kann man das durchaus tun. Der Lehrer ist als Kontrollinstanz da. Das heißt, auf Einladung des Lehrers komme ich freiwillig. Also mal ganz kurz. Gehört abgeschafft. Kein Kind sollte irgendeinen Ficker in Uniform sehen, der erzählt, was denn die Bundeswehr alles für tolle Sachen macht. Das gehört verboten. Einladung an alle Schulen da draußen in Deutschland. Würdet ihr beide auch zusammen mal in eine Schule gehen? Definitiv. Sofort. Wer darauf Lust hat, liebe Schleitung, meldet euch, weil ich glaube, das wäre wirklich differenziert. Das begrüße ich. Absolut. Bundeswehrauftritte auf allen Veranstaltungen, die Jugendliche und Kinder begrüßt, ist zu verbieten. Bundeswehr gehört auf der Gamescom vertrieben. Bundeswehr gehört aus den Klassenseelen vertrieben. Das weckt damit. Absolut keine Daseinsberechtigung für die fucking Bundeswehr oder Uniformierte. Absolut. Wenn man sich tatsächlich ein differenziertes Bild machen muss, dann ist es exakt das, was ich am Anfang gesagt habe. Nämlich, Krieg kann man nicht reduzieren auf einfach nur Würfelspiele, Nationen, Armeen, Zahn. Ich finde, es sollte erlaubt sein. Keine Aufklärung ist am Ende noch gefährlicher. Ich möchte Aufklärung über die Bundeswehr und über Militär, aber nicht von der Bundeswehr. Ja. Verstehst du? Wir brauchen versierte Pädagoginnen, die über die Arbeiten aufklären und keine Werbeveranstaltungen der Bundeswehr. Zahlengrößen und so weiter und so fort. Krieg hat immer eine notwendige ökonomische Komponente. Wir hatten die auch, ich habe das nicht mitgemacht. Wir hatten auch zu unserer Zeit Werbeveranstaltungen für Polizei und für Bundeswehr. Und da waren auch Soldatinnen da und da waren auch Polizistinnen da. Ich bin immer rausgelaufen. Ich und Viktor. Viktor, Grüße gehen raus. Realismus kommt aber kein Krieg. Also tut mir leid, dann musst du wirklich die Verfassung der Demokratien, in denen wir leben, einfach nur durchlesen. Da steht nirgends drin, wir leben nur durch Krieg. Das ist ein völlig falsches, also sorry, eine völlig falsche Wahrnehmung in meiner Bewertung. Also massiver Konflikt zwischen euch beiden. Weiterhin. Also ich könnte jetzt, glaube ich, drei Bücher der Psychologie über Gesichtsausdrücke schreiben. Alleine, wenn der eine redet und der andere gerade mal nichts sagt, weil Augenbrauen wandern, irgendwelche Köpfe hin und her geschüttelt werden, sich Lippen kräuseln bis zum Get-No. Lasst uns mal versuchen, ob wir ein Stück weit eine Annäherung hinbekommen. Machen wir nochmal Platz. Wir fangen an mit einem Perspektivwechsel und der beginnt mit einem kleinen Kleidertausch, nenne ich das mal. Ich habe noch nie einen Soldaten mit einer Fuck-Nazis-Mütze gesehen. Das ist ein First-Time für mich. Also außerhalb von einem Browser-Ballett-Video, da habe ich das schon gesehen. In dieser Dienstanzugsjacke trittst du gleich hinter das Pult und wirst uns dann als Jan etwas erklären. Du bleibst in seiner Rolle und zwar in einem besonderen Setup. Wir sind in einem Bundeswehrcamp. Es geht um einen Einsatz irgendwo im Ausland, wo die Demokratie in Deutschland verteidigt wird. Du wärst überrascht, was Soldaten privat so für Klamotten tragen. Eigentlich bin ich nicht so überrascht, weil ich schon einige Soldaten privat gesehen habe. Das überrascht mich nicht so wirklich. Aber Fuck-Nazi-T-Shirts sind da eher die Ausnahme. Du bist mit in diesem Einsatz und sollst jetzt nochmal alle motivieren, hier für Deutschland zu kämpfen, für Deutschland die Waffe in die Hand zu nehmen. Wir sind dein Publikum. Halbes Lab, halbe Lab-Veranstaltung. Und werden applaudieren, wenn uns das gut genug gefallen hat. Hier müssen wir uns kurz klar machen, einer von den Linksjugend zieht eine Militäruniform an, obwohl er vorher gesagt hat, niemals würde ich für Deutschland eine Uniform anziehen. Und gibt wiederum seinen Fuck-Nazis-Hut an den Soldaten. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, das zeigt auch, ja doch, sie kommen sich näher, sie lassen sich zumindest darauf einmal die Rolle zu tauschen. Liebe Kameradinnen und Kameraden. Wenn ihr mich fragt... Falsch, ne? Das wird nicht gegendert bei der Bundeswehr. Warum sind wir hier? Dann nenne ich euch drei Dinge. Drei Dinge. Das ist erstens Freiheit. Die Freiheit so zu leben, wie wir leben wollen. Die zweite Sache, das ist Demokratie. Die freie Mitentscheidung, wie wir regiert werden, wer uns regiert und wer uns vertritt. Und die dritte Sache, das sind unsere Werte. Das sind Solidarität, das ist Zusammenhalt, das ist ein Miteinander in einer funktionierenden Gesellschaft. Diese drei Dinge sind aber nur bei uns, nur in Europa, nur in Deutschland vertreten. Für diese drei Standbeine ziehen wir, verteidigen wir unsere Werte, verteidigen wir unsere Ansichten, auch gegen eben die Feinde unserer Ordnung, um eben aufzubauen, was es aufzubauen gilt. Nämlich eine Freiheit, eine Demokratie und ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Gut, danke schön. War alles drin, was dir wichtig war? Bestimmt nicht alles. Ein paar Nuancen noch, aber in die richtige Richtung geht es. Also, dann tauschen wir jetzt die Rollen, bin ich gespannt. Ja, ganz kurz noch, ich fühle mich sehr eklig. Also, in dem, was ich gerade gesagt habe. Also, nochmal Disclaimer, ich meine das nicht ernst. Also, als ich die Jacke von Jan an hatte und eben diese Rede gehalten habe, diese improvisierte, und dann gesagt habe, ich fühle mich eklig, sozusagen, in diesem Setting, war das einfach eine Sache davon, dass es einfach irgendwie auch ein persönlicher Widerspruch war. Und es war einfach so, der Ekel bewusst, das Schlechte zu tun. Ich würde fast sagen, man hätte es dir angesehen, ja? Komm zu uns auf die Couch. Oh Gott, du bist quasi erlöst in deiner Rolle als Jan. Dankeschön, ich gebe die Jacke gerne wieder ab. Du lass die mal noch an. Ich lass die noch an. Weil jetzt kommt ja auch ein Dichteranspruch, genauso ehrlich, diesen Hut jetzt auch bitte aufzusetzen. Ich nicken, ich nicken. Da führt kein Weg dran vorbei. Nein, 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 das ist sonst unfair. Jacke, du kannst nicht von einem linksjugendmenschen verlangene Uniformeierkanzels. Zumindest falsch rum. Er dreht es falsch rum, Alter. Oh Gott, ey. Really? Really, Bruder? Ein bisschen wichtig, ja? Willst du das Zeichen lieber hinten haben? Ach, auch politische Äußerungen, aber... Wir sind bei der Jahresversorgung... Fack Nazis, politische Äußerungen, bin ich dagegen als Bundeswehrsoldat. Fack Nazis steht da. Nee, also von mir gibt es keine politischen Äußerungen. Da steht Fack Nazis, ja, nee, nee. Politische Äußerungen, nicht mit mir, Kamerad. Fack Nazis. Nee, 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 nee. Ein richtig kontroverses Statement, ne? Fack Nazis. ...versammlung der Linksjugend. Bundesverband, der allergrößte. Das Publikum sitzt hier und will jetzt von dir eine flammende Rede hören. Lieber Henrik, ja? Ja, weshalb du sagst, niemals für Deutschland die Waffen in die Hand nehmen. Nicht für Deutschland den Krieg ziehen. Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Wir stehen heute hier in Berlin, haben einen wichtigen Parteitag vor uns. Viele wichtige Gespräche. Die Welt ist im Konflikt, die Welt ist im Krieg. Aber es passiert nichts. Es passieren grundsätzlich die falschen Sachen. Der Kapitalismus als Wurzel allen Übels. Der Kapitalismus fördert Ungerechtigkeit. Aus dieser Ungerechtigkeit führen Konflikte. Die einen nehmen, nehmen mehr, die werden gar nicht mehr satt. Und viele, viele Millionen Menschen hungern auf Kosten anderer, leiden auf Kosten anderer. Wir fördern Unternehmen, wir lassen die kleinen Leute hungern, wir lassen die kleinen Leute leiden. Und die Welt wird ausgebeutet auf unsere Kosten. Und deshalb geht es uns am Ende besser als anderen. Und das ist nicht fair, das kann nicht das Ziel sein. Genau, ich habe nur gegen Ende geklatscht. Aber ja, ich kann nochmal klatschen. Ich klatsche ja nicht, ich würde sagen, wahnsinnig. Wahnsinnig gut und vor allem inhaltlich korrekt. Wenn er jetzt noch Fuck-Nazis vorne stehen hätte, würde ich mich fast in Soldaten verlieben. Was hat dir gefehlt? Was mir gefehlt hat, ist sozusagen einfach eine adäquate Verständnis oder wirklich das Verständnis davon, wofür die Linksjugend oder wofür die moderne linke Bewegung steht. Das weiß ja die moderne linke Bewegung auch gar nicht so genau, vor allem die Linksjugend nicht. Also, das kannst du ja unmöglich von irgendjemandem erwarten. Mir hat die wirkliche Ursache gefehlt. Ich habe den Kapitalismus als Hauptkritik verstanden. Aber das sagen wir ja nicht mal. Wir sagen ja nicht mal, der Kapitalismus ist die Wurzeln allen Übers, sondern der Wert, die Arbeitsweise, die Produktionsweise. Das ist nicht der Kapitalismus, sondern sind die Ursachen des Kapitalismus. Du hast am Ende geklatscht. Ja. Was fandst du denn gut? Was ich gut fand, war das, was du gegen Ende gesagt hast, nämlich einfach diesen Widerspruch zu zeigen, dadurch, dass wir reich sind, sind automatisch andere Leute arm. Und deswegen kann es keine Abschottung durch Nationalismus, durch Aufrüstung und so weiter geben. Das fand ich gut. War es ganz kurz für dich auch eklig da zu stehen? Hast du dich eklig gefühlt? Im Grunde genommen geht es ja um den Perspektivwechsel. Also eklig wäre nicht das Wort. Es fällt mir natürlich dahingehend ein Stück weit schwer, die Überzeugung da reinzubringen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass der Kapitalismus für Ausbeutung, Ressourcen, Ungleichverteilung und andere, da bin ich nicht so ganz überzeugt. Ja, aber das ist ja scheißegal, ob du davon überzeugt bist oder nicht. Es ist ja so. Applaus. Zurück auf die Couch noch einmal. Man muss ja, so der Kapitalismus als Wirtschaftsordnung ist ziemlich uninteressant, weil das einfach nur heißt, dass Produktionsmittel, also Kapital in privater Hand ist oder in Unternehmerhand. Aber die gesellschaftliche Ordnung hinter den kapitalistischen Erstrebungen nach Wachstum, Gewinn, Profit und Selbstnutz, die führt zwangsläufig zu Unfairness, zu Ausbeutung, zu Leid und zum Profitieren einiger wenigen. Ja, auf Kosten von der Mehrheit. Das gesellschaftliche Konstrukt hinter der Wirtschaftsordnung und Kapitalismus ist die Wurzel allen Übels. Die Werte, die dazu geführt haben, das ist auch nicht auszudiskutieren. Wer das ausdiskutieren möchte, der hat keine Ahnung, was das ist. Die Linke haben es noch nie verstanden, den Kapitalismus als Waffe zu nutzen. Weil Linke ja eher weniger interessiert sind, Waffen zu nutzen, oder? Also es ist ja, wenn du davon sprichst, dass Linke den Kapitalismus nicht nutzen, dann liegst du ja auch falsch. So, die wirtschaftliche Ordnung, die Wirtschaftsordnung, dass Angebot und Nachfrage den Markt lenkt, die nutzen Linke jeden Tag. So, selbstverständlich. Wir packen unser Geld dahin, wo wir denken, dass es fruchtet. Wir kaufen uns ethisch und moralisch vernünftige Produkte. Also viele, die jetzt nicht nur labern wollen. Ich glaube, das größte Problem an Kapitalismuskritik ist, dass die meisten überhaupt gar nicht wissen, was mit Kapitalismus gemeint ist. Die wissen nicht von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ordnung zu unterscheiden und klatschen dann einfach irgendwie Smash Capitalism irgendwo hin. Was unterkomplex ist, aber trotzdem vernünftig. Das ist auch nur ein Wort. Nee, da steckt schon sehr, sehr viel dahinter. Also da steckt schon sehr, 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 sehr viel dahinter. Hast du dich schon mal mit Kritik der Konsumkritik beschäftigt? Ja, aber von der halte ich absolut gar nichts. So, Kritik an Konsumkritik sind Arschgeigen, die Lippenbekenntnisse lieben und selber nichts machen wollen. Das sind faule Typen, die sagen, das System muss sich ändern und wenn sich das System ändert, dann kann auch ich mich ändern. Und ich sage halt, halt die Fresse. Halt die Fresse. Das ist eine Ausrede. Wer findet es eklig, du applaudierst? Hast du das Gefühl, dass wir hier im Laufe des Gesprächs näher gekommen sind? Ich denke, das Gespräch da ist. Vor allem ist ja Konsum- oder Konsumentinnenkritik immer nur ein Teil der Lösung. Das ist ja kein Entweder-Oder. Es heißt ja nicht, entweder die Unternehmen oder die Konsumenten. Das ist ja, es muss sich ja fucking alles ändern. Ja. Aber. Was im Grunde genommen auf einer respektvollen Ebene stattfindet, bringt uns auf jeden Fall weiter, weil das natürlich Horizonte erweitert. Was sagst du denn? Seid ihr euch näher gekommen? Ich glaube im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich finde, wenn man sich näher kommen kann, dann nur durch den Blick auf die tatsächlichen... Ist eine Perspektivfrage. Wenn dir irgendein CEO eines Top 100 DAX geführten Unternehmens sagt, dass du als Konsumentin schuld bist, dann ist das natürlich whack. Und wenn irgendein Konsument oder eine Konsumentin sich hinstellt und sagt, ey, ich mache alles falsch, was man falsch machen kann, aber das System zwingt nicht, dann ist das auch scheiße. So. Versteht ihr? Du kannst halt nicht als BP einen CO2-Fußabdruckrechner releasen und sagen, aha, da ist das Problem. Und du kannst doch auf der anderen Seite nicht jeden Tag Schweinenackensteak kaufen und fucking Milch und sagen, naja, also das System muss ich ja erstmal ändern. Das ist alles scheiße, das ist alles scheiße. Man muss selber was tun, aber man muss natürlich auch die, die oben sind, dann irgendwie zur Veränderung zwingen. Und in meiner Welt als Demokrat, ich bin tatsächlich Demokrat, ich finde Demokratie ziemlich geil, brauchen wir für die Veränderung derer, die oben stehen, eine gesamtgesellschaftliche Mehrheit. Wenn wir als Mehrheit für die richtigen Werte einstehen und wenn wir als Mehrheit nicht nur für diese Werte einstehen, sondern sie selber umsetzen, dann smash Capitalism. Aber dann machen wir das demokratisch. Lasst uns den Kapitalismus demokratisch ficken und nicht mit einer K98. Diese Sache und ich glaube, wir haben in der Sache verschiedene Ansichtspunkte. Wir sagen natürlich, wir reden über die ganz großen Themen, über die große Weltbühne und trotzdem am Ende des Tages sind es immer Menschen, die miteinander reden. Der Mensch, Jan, wie wirkt er auf dich? Also von meiner Einschätzung bist du, glaube ich, sehr ordentlich, sehr, was heißt nicht strikt, aber sehr prinzipiengetreu. Und eben sehr überzeugt von dem, was du tust, sonst würdest du dafür nicht bereit sein zu sterben. Aber um das mal ganz klar zu sagen, wenn irgendjemand tatsächlich der Meinung sein sollte, dass der Kapitalismus nicht eher kurz als langfristig abgeschafft gehört, dann hat er den IPCC-Bericht nicht gelesen. So, das ist die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns gesellschaftlich in der wirtschaftlich entwickelten Welt organisieren, die führt zwangsläufig zum Untergang der menschlichen Spezies. Surprise, surprise. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Individueller Konsumverzicht reicht höchstens als Zündfunken, um Unternehmen zu erziehen. Die kritische Masse für Veränderungen bekommt man erst über die Legislative hin, das glaube ich nicht. Oder das glaube ich nicht. Das ist auch völliger Schwachsinn, weil jeden Tag etwas anderes bewiesen werden kann. Wenn du vor zwei Jahren hier auf dem Kanal gewesen wärst, hättest du beim Thema Konsumkritik, wenn es um Ernährung geht oder sonst irgendwas, hier große Mehrheiten gehabt, die dummes Zeug erzählen. Mittlerweile hast du hier stabile Mehrheiten, die sofort dafür stimmen würden, tierische Lebensmittel zu verbieten. Du kannst sehr wohl Gruppen an Menschen verändern. Das funktioniert sehr gut. Und wenn das im Kleinen funktioniert, dann muss es automatisch auch im Großen funktionieren. Wir brauchen nur eine breitflächige, verantwortungsbewusste Einstellung der Mehrheitsgesellschaft. Und dann muss man den Leuten aufklärerisch unter die Arme greifen und sagen, es klappt, hier ist der Weg, hier ist der Grund warum und jetzt go for it. Wir sind aufgeklärt genug, um zu wissen, dass Krieg furchtbar ist, aber an gewissen Stellen, siehe Ukraine, scheinbar notwendig. Ich finde es interessant, deiner Argumentation zu folgen. Nicht, dass ich sie inhaltlich unterstütze, aber der zu folgen. Du bist in meiner Bewertung in einer Situation, in einer, ich nenne es ganz bewusst Bubble. Mir fehlt ein Stück weit, muss ich leider sagen, die Differenzierung. Und wenn dann nur auf einer sehr abstrakten Ebene, in einer weiten Perspektive, die aber eher ideologisch basierend und weniger realitätspolitisch ist. Und da fällt es mir sehr, sehr schwer zu folgen, weil ich mir sage, das Krieg schlecht ist, das wissen wir doch. Darüber müssen wir doch gar nicht reden. Also wenn ich mein gesamtes Leben lang in einem Zimmer verbracht habe und mir dann ein anderes Zimmer vorstellen soll, dann frage ich mich. Hätte das mal einer Martin Luther King gesagt, dass man die kritische Masse nur durch Legislative findet. Gehört der Wachstum durch Verbesserung der Maschinen nicht auch zur Kapitalismusdefinition? Weil vor der industriellen Revolution gab es ja, Bruder, ich habe jetzt keinen Bock, mit dir über Theorie zu debattieren. Aber Wachstum per se ist erstmal nicht wirtschaftsordnungstechnisch ein Merkmal des Kapitalismus. Auf simpelste heruntergebrochen bedeutet das, Kapital in Privathand, Angebot, Nachfrage bestimmt Konsum. Das heißt, der Markt wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage, Nachfrage erhöht Angebot. Dass das sehr viel, viel schichtiger ist als das, wissen wir alle, aber ich habe keinen Bock auf Lesekreis hier. Das liegt aber auch echt daran, weil ich nicht weiß, mit wem ich rede. Ich habe sehr Bock auf Lesekreisdebatten, aber mit Menschen, von denen ich weiß, dass da was dahinter steckt. Ihr redet hier über Kapitalismus und Ausbeutung, während ZDF läuft, wo Intendanten sich über 30.000 Euro im Monat in die eigene Tasche stecken. Und das durch Zwangsarbeiten und Erpressung. Und soll ich dir noch was sagen? Wir sind hier gerade auf Twitch und Twitch gehört Amazon. Also, du redest über Kapitalismus und Ausbeutung und kritisierst, dass Intendanten des ZDF sich 30.000 Euro im Monat in die eigene Tasche stecken. Und das machst du auf einer von Amazon besitzten Plattform. Also, come on, das Spiel können wir endlos weiterspinnen. Und dann sagst du, du Heuchler, ich mache das ja nur, um dich einen Heuchler zu nennen. Und dann sage ich, Heuchler, ich mache das ja nur, um die Leute vom ZDF einen Heuchler zu nennen. Und dann drehen wir uns endlos im Kreis. Schöpferische Forschung, also wirklich mal neu überlegen, kreativ wieder sein und neue Gesellschaften entwerfen. Immer das, was dann hinten runtergelassen wird als Unwissenschaft. Innovation ist unabhängig von Kapitalismus. Es kann auch in der Jahre selbstverständlich. Alle Innovationen sind staatlich. Das ist einfach so. Die Leute, die sich hinstellen und sagen, wir brauchen Privatunternehmen, um Innovation herbeizuführen. Welche Innovationen, die die Menschheitsgeschichte verändert haben, kommen denn aus einem Privatunternehmen? Welche? Welche waren nicht staatlich gefördert? Spekulationen und sowas. Krieg kann, und in ganz vielen Fällen ist er das auch, tödlich sein für Soldaten. Smart für uns. Guter Versuch, leider Militär. Und damit staatlich. Und Soldaten. Man mag es kaum aus. Flugzeug, auch guter Versuch, wurden dann auch militärisch zum ersten Mal salonfähig gemacht. Sprechen, aber das ist ja auch ein Teil deiner Lebensrealität, der du Soldat bist. Er zieht in den Krieg, du bist jetzt sein Freund und gibst ihm was mit. Und bitte, so schwer das fällt, nur Positives. Weil was will man... Corona-Impfstoff, auch gut, aber war ja auch staatlich finanziert. Ah, das ist sehr, sehr, ihr seht schon, das ist sehr, sehr schwierig. So einem Freund zu uns jetzt mitgeben. Auch wenn wir in der Sache verschieden sind, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, was notwendig ist und was nicht, wünsche ich mir, dass du wieder zurückkommst. Ich wünsche mir, dass du deinen Weg gehst und auf deinem Weg nicht stirbst, sondern tatsächlich mir, uns allen erhalten bleibst, in der Form, wie du es bist. Und umgekehrt, du lässt ja auch einen Freund zurück. Hendrik, ich gehe in den Einsatz. Ich fand es unglaublich stark, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir trotz anfänglicher unterschiedlicher Meinungen auf der freundschaftlichen Ebene zusammengefunden haben. Ich denke gerne daran zurück, ich reflektiere unsere Gespräche und hoffe, dass wir das in wenigen Monaten bei bester Gesundheit fortsetzen können. Noch seid ihr keine Freunde, nehme ich an. Und trotzdem haben wir jetzt die Situation der echten Verabschiedung. Wie läuft die zwischen euch ab? Mach's gut. Also war schön. Okay, also vielen Dank für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Diskussionsebene wieder treffen. Vielleicht gibt es ja bei der Lynx-Jugend noch die Möglichkeit, einmal darüber zu sprechen und das Ganze differenziert zu bewerten, wofür die Bundeswehr steht. Ich denke, die Impulse, die mir Hendrik gegeben hat, die Inhalte, die haben natürlich meinen Horizont erweitert, um vielleicht seine Position besser verstehen zu können, warum er so argumentiert und was seine Grundlage des Denkens ist. Unsere Meinungen haben da trotzdem unterschiedliche Positionen. Das sind unterschiedliche Positionen, weil Fuck Nazis ist etwas, als Bundeswehrsoldat ist das ein bisschen zu politisch, wenn man sagt Fuck Nazis. Man hat sich auch im Laufe der Sendung nicht sehr groß verändert. Nach dem Gespräch ist Jan für mich immer noch ein Bundeswehrsoldat in erster Linie, von dem ich denke, dass er seine Individualität freiwillig aufgegeben hat, von dem ich denke, dass er in der Position, in der er ist, nicht mehr in der Lage ist, mündige Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich Empfehlen zu gehorchen, Nationen zu gehorchen, Staaten zu gehorchen. Danke, dass ihr beiden da wart. Weiter alles Gute. Ich frag mich, warum da nicht nachgehakt wurde. Keine Ahnung. Really, I don't know. Ich bin staatlich finanziert. Ich bin Antifa gefördert. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. It could never bother me anyway. Let the storm rage on.